Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Binding of Isaac Rebirth und ja, wie schon erwähnt, werden wir heute einen Run mit Magdalene machen und würde ich sagen, los geht's! So, wir haben 4 Herzen und Yum Heart sind dafür nicht besonders stark und nicht besonders schnell aber wir werden uns eventuell mit ein paar Upgrades hochpushen dürfte eigentlich kein Problem sein und da ist schon der Boss und jede Menge rote Herzen äh, rote Herzen äh, rote Feuer ich mach die aus da eventuell Stuff drin sein könnte Alter, ist das dein Ernst? Schlimmer geht's nicht hier mit den roten Feuern, ne? Mann fängt nicht schon gut an, der Run, ich merk's schon Lila fliegen, die formieren sich zu einer Formation wer hätte das gedacht? und dann greifen die an und die letzte Fliege hat mich eiskalt erwischt so, ich glaub hier ist der Geheimraum deswegen öffne ich den einfach mal nice nice, auf jeden Fall okay, wir haben eine Bombe Gewinn gemacht wow, eine Bombe, Leute das ist neuer Rekord wir haben eine Bombe Gewinn gemacht halten wir es fest so hallo so so den sollten wir einfach down kriegen wäre der Typ jetzt weiter nach links gelaufen hätte er uns locker erwischt so und bams falls wir es heute mit Magdalene schaffen sollten werden wir als nächstes Yuja-Board Spectral Sears werden wir im nächsten Run eine Challenge machen und mit diesen Challenges werden wir hoffentlich ähm neue Items freischalten wäre auf jeden Fall ziemlich awesome und als ersten Gegner wäre natürlich klassisch ein Monstro und je mehr Items desto mehr Spaß hat man würde ich sagen und wir haben einen dummen Schaden bekommen ich hoffe der Run wird kein Failed Run sondern wird ein richtig ordentlicher Run wo wir was reißen können und wo es spannend sein wird beim letzten Run beim letzten Run war es ja ziemlich klar dass wir gewinnen werden jetzt sieht es noch nicht so aus als ob wir eine große Chance haben aber alles ist noch offen ist ja noch immer die erste Ebene so und weg ist er Bams verliert viel Herzen und wir nehmen Pentagram Damage Up Nice Damage Up können wir sehr gut gebrauchen und auf geht's nächste Ebene Curse of the Blind ok was auch immer das heißt so hallo oh Gott ok der eine geht oben lang aber ich glaube wir kriegen alle trotzdem vorher down so da ist ein blauer Stein gut er kann von mir ich weiß oh und dann geht es runter gehen wir einfach mal lang so und komm nice so Splash Holy Water ok nice ist anscheinend ein random item was man dann bekommt aber Holy Water solltet ihr eigentlich kennen vom alten Isaac das heißt wenn ich getroffen werde geht dieses Holy Water kaputt und wer da drüber läuft kriegt erstmal Fat Damage bis jetzt hatten wir kein item glaube ich doppelt außer die Maske und die Maske ist nicht schlecht wie wir schon in mehreren Runs jetzt gesehen haben beschützt uns vor sehr viel Damage und kann so manches Leben retten ich muss mich gerade kurz konzentrieren dass mich diese Spinnen nicht kalt machen sondern ich bräuchte einen Schlüssel das wäre nett wenn ich einen Schlüssel bekommen würde so perfekt oh jede Menge Münzen können wir auf jeden Fall gleich den Shop wieder besuchen gehen so ok einfach nur gerade ausgehen ist schon eine Kunst für sich ah komm wir bräuchten echt langsam einen Schlüssel Leute so nice und so wir haben keinen Schlüssel mega geheim Raum yes ein Raum voller roter Herzen brauchen wir nicht aber das Money nehmen wir mal mit so äh geh ich mal da hin hallo Larry Jr bringt wir eine Bombe mal in die Mitte die natürlich keinen trifft hätte ja sein können und wäre auch zu schön gewesen um wahr zu sein so oh ah so er läuft da durch genau nice kriegen wir nur random Items oder ist das irgendwie okay okay happy happy habe ist gut gehen wir aufs ganze ja okay evil up your enemies will pay okay interessant wir gehen einfach mal wirklich aufs ganze und nehmen uns wirklich alle Items die wir haben okay wir haben keinen Schlüssel das heißt wir können einfach nur weitergehen und müssen einen Goldraum auslassen ich will auch nicht wirklich immer einen random restarten nur weil er schlecht aussieht deswegen ah der spuckt blaue Fliegen wie ich anscheinend bemerke oder auch nicht das ist natürlich ziemlich gut wenn er sowas macht weil blaue Fliegen können uns auch schon helfen kurz warten bis die Blut Lache weg ist na komm alter was man alles für Fliegen Items haben kann theoretisch gesehen krank nice so weiter geht's da brauchen wir nicht und da ist der Goldraum den Dead Bird Derpy Bird das heißt wenn wir getroffen werden dann spawnt der Dead Bird und der greift den Gegner an sollte eigentlich ziemlich klar sein was der macht so na komm meine kleinen lieben Gegner ja das ist praktisch mit dem Begleiter der kann uns schon echt helfen also bis jetzt haben wir glaube ich jeden Run nur geschafft weil wir Begleiter haben die uns irgendwie total helfen aber naja ah Chub hieße ich hab jetzt erst gedacht irgendwie Larry sei das weil das andere Larry Junior ist aber es ist Chub muss ich mir unbedingt merken so ja die Fliegen werden einfach in dem drin gespawnt und die machen sehr viel Damage ist natürlich nice so wir kriegen Tiers plus Shot Speed up nice gut kommen wir mal bei Satan vorbei gehen wir komplett auf Seelenherzen oder was machen wir oh Gott ich weiß nicht was das macht hm nehm ich's ja komm ja unlocked Asail Sin up ok wir haben sehr viele schwarze Herzen kann ein Vorteil sein muss aber nicht wir schauen einfach mal was sich so ergibt weil jedes Mal wenn wir ein schwarzes Herz verlieren dann werden alle Gegner im Raum gekillt und wir sehen echt mystisch aus so wie gerade so keine Ahnung was der macht gehen wir auf jeden Fall mal weiter so hab nochmal kurz ein Screenshot gemacht weil ich out of Screenshots bin so und dann Schlüssel nice so also Herzen bekommt man am Anfang relativ viele aber später halt nicht das ist ein wenig blöd aber lässt sich erstmal nicht ändern nice das war ein ziemlich guter Deal ein Schlüssel für zwei na komm ah die Fliegen greifen auch erst dann wenn das hoch geht glaub ich ich weiß es nicht Fliege scheint mich auf jeden Fall zu beschützen oh bei der Little Unicorn das nehme ich glaube ich aus dem ganz einfachen Grund na das war jetzt blöd so unnötig so aus dem ganz einfachen Grund da wir das Dings nicht gebrauchen werden wirklich das Yum Heart weil wir unsere Herzen eventuell an den Teufel weiter vergeben so ich würde vorschlagen wir gehen in den Shop und kriegen das hat uns glaube ich letztes Mal ziemlich weiter geholfen äh das ist die gleiche Pille Speed Down ok schade hätte ja was Gutes drin sein können aber ok also bis jetzt sind wir von den Items nicht gerade super aber mal gucken was sich noch so reißen lässt erstmal gegen Gerdien Kampf na super oh wir sind echt gut momentan sind wir hier sicher scheint so ah nicht ganz sicher und es geht schneller deswegen greife ich mal ein bisschen besser an so komm und komm nice HP ab und auf in den Teufelsraum der Brimstone Ne nehme ich nicht gut gibt es nicht viel zu holen will nicht viel Herzen verlieren und so deswegen nächste Ebene viel zu knapp alles alles viel zu knapp so ah ist das dein Ernst ist ja blöd ich will jetzt so ein Item bekommen so so ein paar Räume okay so können wir ein Screenshot machen für die Thumbnails oder ich werde eventuell so ein paar private Runs machen und da ein paar Screenshots machen muss ich mal gucken wie ich das mache das kann jetzt nicht angehen dass ich 3000 mal irgendwie Screenshots drücke nur um für ein paar Folgen dann die Screenshots zu haben wir werden unnötig getroffen wie ich finde okay das sind die Hände gucken wie viele kommen da kommt eine okay es sind zwei na komm überhaupt keine Einspielung auf Zelda so und komm bäms oh goldner Schlüssel nice so können wir die über die Stacheln locken nicht direkt aber wir können sie drauf schubsen wusch und darum ist der Boss Raum ich glaube mein Kollege spawnt immer nur eine Fliege nacheinander dass nur eine Fliege immer möglich ist auch nur dann wenn Gegner in der Nähe sind ne ich kann die auch so spawnen das heißt wenn ich hier stehe und schieße ah so einfach so hier stehen und dann ah okay sie greifen nicht direkt an und jetzt nice oh da waren wir immer noch schnell genug um auszuweichen ah komm und gibt es hier noch irgendwie da unten und Bams oh ein Seelenherz gerne nehme ich das an mich und bevor wir weiter Hans and Fully machen wir einen Ultra Speed Run und komm ins Loki ich glaube dieses Item mit diesem Broken diese Broken Watch sorgt dafür dass die Gegner langsam sind das finde ich cool oder eine geringe Chance dass Gegner langsam sind ich finde ich finde übrigens cool dass die Fliegen nicht die Stacheln mehr angreifen dass die das entfernt haben so Speed Up das haben wir noch gebraucht ähm das brauchen wir nicht okay das wollte ich eigentlich nicht aber dann machen wir noch das und wenn wir dann gleich ähm noch ein Satans die machen mit einem Herz dann haben wir die ganze Zeit den Hero auf Babylon Modus wäre auf jeden Fall nice wenn wir den dann haben würden die ganze Zeit so komm nice oh das klappt weiterhin da okay äh gehen wir mal in den Arcade Raum okay geht überhaupt nicht schnell kaputt na komm macht auch definitiv mehr Spaß jetzt glaube ich zu spielen weil es auch schneller geht und die Musik ist besser na komm oh ah ich nimm den ja nimm den oh nimm den ey den wollte ich gar nicht nehmen Betrüger ja ich bin der beste Marktspieler der Welt so so tun wir noch eine vorletzte Münze komm es sei denn wir kriegen jetzt Münzen na war klar so und oh jetzt können wir bestimmt wieder Münzen okay diesmal nicht und jetzt kriegen wir Münzen war klar der will dass wir weiterspielen bis zum Abwinken nice es ist ein es ist ein unendliches Spiel es gibt uns wieder Münzen pass auf okay diesmal nicht gut tut mir leid du musst sterben tschüss dann gibt es nochmal zwei Schlüssel nett von ihm sehr sozial äh das hole ich mir wow da haben wir echt Gewinn gemacht muss ich sagen ah den kriegen wir so down was die Teile machen weiß ich bis heute nicht so das Feuer auf jeden Fall ausmachen nicht dass das uns angreift die Gegner kennen wir auch sollten wir hinbekommen so und bam nice nieße okay blaues Feuer ich lasse die Feuer am besten immer einfach bevor ich mir unnötig Schaden nehme ja wir sind stark muss ich sagen machen schon deftig damage oh das ist verlockend ach komm oh Loki na komm stirb einfach ich dachte jetzt kriegen wir hier coole Items drin aber das ist ja totaler Schrott was wir bekommen na komm oh Monstro 2 einfach mal okay versuch's erst gar nicht na mach ruhig weiter bist fein so fein na Monstro komm schieß noch einmal noch einer ne haben wir doch riesig hinbekommen ohne auch ein wenig Schaden zu nehmen na gut was haben wir hier oh nice Poison Damage also ich glaube in diesem Run sind wir auf uns gestellt und unseren kleinen Fliegenbeschwörer aber das sollte für uns glaube ich kein Problem sein weil wir ziemlich viel Damage machen im schlimmsten Fall haben wir ja auch hier ein bisschen Hilfe so aufpassen so Bomben nice einfach immer gucken dass sie uns nicht treffen dann immer zwischendurch korrigieren so naja langsame Gegner ist das nicht schön so dann würde ich aber jetzt sagen wir haben noch das Einhorn ne ich würde sagen wir sparen noch auf drei Münzen dass wir die noch haben und dann können wir uns ja das Item kaufen Junior sollte kein Problem sein so ja ich glaube wir haben die 15 Münzen und da war auch noch eine Münze also die Spawnrate von den Kackhaufen wurde echt erhöht nehmen wir die Batterie und spenden noch diese eine Münze die wir haben so und gehen weiter so jetzt müssen wir gucken da ist auch schon der Bossraum auf die Spinnen aufpassen aber ich glaube das könnte auch schon dann Marm sein die wir jetzt besiegen müssen oh Trollbombe ja es ist Marm ah kriegen wir hin na komm ah komm ok oh ja bewegt dich ruhig langsam Gegner so na komm nice oh die Flieger hat sogar den passiven Gegner angegriffen wenn das nicht nett ist ey das ist echt praktisch na komm easy all stats up was ist das oha oh man kann sich eins aussuchen ah dafür muss man sehr viele Gegner anscheinend killen ich wusste dass das auf jeden Fall Tiersab macht alter na komm oh Gott Gegner und Massen na komm ah dich kriegen wir hin wir haben genug Damage die müssen wir einfach nur von hinten treffen durch die Spectral Tiers können wir auch schön durch die Steine angreifen und über die Kackhaufen hindurch na komm ah schön mit Gift noch voll saugen ja ok jetzt geht's jetzt geht die Queen diagonal bloß nicht von den Kackhaufen treffen lassen oh oder wie wir es generell nicht treffen lassen ich weiß nicht ob ich sie treffe aber na komm nice nochmal getroffen und jetzt auch schon mal vergiftet und down noch mehr oh Gottes Willen na komm greifen wir Piep an oh Gott na komm und komm ich sehe natürlich jetzt nicht ob Piep springt und wie weit er springt vor allen Dingen so aber erstmal bin ich hier sicher und den Duke of Ice kriegen wir so richtig schnell down nice oh Gott wie viele Gegner noch nur für so ein blödes Item Gottes Willen komm ist Loki da ne ja war doch klar dass der so was spawnt aber kein Damage bis jetzt bekommen ist auf jeden Fall nice da flieg du halt mal weg ah da bringt was da bringt das teleportieren was in den räumen alter wie viele noch unmengen an Gegner ah da waren wir getroffen okay wo sind achso da verfolgt uns das Ding noch noch mehr Gottes Willen Thumbnail das nehme ich für die episode oi 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 wir kommen viel zu viele Gegner aber die kriegen wir alle down das nur fahr ein item leute oh god gurdy und chub so kaputt na komm gurdy bringt der nichts ich kann hinter die steine und kann dann trotzdem weiter schießen ach komm so und ich kann direkt hier so stehen weil der eh nicht trifft und gehe ich an Monstro 2 okay oh gott ah aber so weit springen die anscheinend nicht Achtung oh das war ziemlich gut getroffen alter soll ich so lange machen bis ich sterbe oder was hier können wir auf jeden Fall Boss kills sammeln was das Zeug hält na komm oh Gott Achtung so der ist down das kommt nochmal wieder und pin ziemlich starke Gegner besonders pin alter und nochmal hello und tusk ja ich kenne die Gegner namen auswendig alter so na komm und die Maske oh fuck und noch irgendein Gegner der fies ist der bloat ist das dein ernst den muss ich von oben angreifen okay oh die Maske kommt alter seelenherz aber herzen hat man hier noch wie ich merke in den räumen aber ich muss so angreifen so jetzt kann ich nochmal von oben angreifen so weil der kann auch seitlich angreifen komm hüpft nochmal gut jetzt gehen wir so komm schon fliegen nice und die letzten oh jetzt kommen noch die reiter anscheinend na komm so ah ok pestilenz glaube ich heißt da dem aber nicht mehr ganz sicher so alter die blöden die blöden kackhaufen sind da natürlich auch in der mitte oh wie süß vor allen Dingen das herz von der Maske eben ich hab das doch fast gar nicht angegriffen warum war das eigentlich auf einmal kaputt ah da ist er nice auch gekillt so jetzt headless horseman und der fallen ok da ist er oh god der fallen what the fuck na komm oh maggie's bow alter was ist das damage jump please what the fuck ok haben wir irgendwo stats ok angriff ist echt schlechter geworden na gucken wir mal was uns das so gebracht hat dieser kampf ne ah wir sind nicht wirklich stärker oder nachdem wir alle unsere sachen für stärker ausgegeben haben glaube ich nicht dass wir wirklich stärker sind positive ist wir können die gegner fast instant vergiften ah sehen wir ja dann beim boss kampf aber ich hätte echt nicht gedacht dass wir dann so viele gegner besiegen müssen das hätte ich sonst niemals gemacht und das item hier hätte ich nicht annehmen dürfen sein wir schaffen es jetzt noch irgendwie damage abzubekommen vielleicht durch ein boss item oder durch ein satans raum dass wir noch den rest unserer herzen ausgeben so kommen wir hier lang wir können die gut zurückhalten damit so dann hier mal lang ok na komm ja sieht gut aus aber ich weiß es nicht ob das jetzt wirklich klug war ich glaube nicht die batterie scheint das wohl irgendwie zu speichern dass wir uns jeden raum aufladen so einfach geklärt und die können wir auch sehr gut zurückhalten oh ich seien die grafen uns natürlich mit tränen an so so die pille nehme ich im schlimmsten fall wenn ich nur so ein herz habe oder so oh god okay okay gut dass die langsam sind sonst wäre ich richtig kaputt gewesen Lockdown na dann nehme ich die besser nicht komm 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 wenn das jetzt nicht mal schlecht war ok komm schon Tarotkarte der Emperor ja hallo Skolix komm toll genau die machen wir jetzt einfach so wie so ein MG ja wir machen schon Schaden damit aber nicht so viel na ist aber glaube ich akzeptabel letztlich Ah, vergiften können wir ihn auf jeden Fall Na komm So, das vergiften ist echt praktisch So können wir auch die Gegner angreifen, wenn die im Boden sind Und geben denen Schaden Nice Ich nehm's einfach mal Evil Up, okay Jede Menge Seelenherzen, bitte Ich brauch einfach jede Menge Seelenherzen Nicht sowas Ich hab gesagt, nicht sowas Ja Gut Wir machen's jetzt ganz einfach Nächste Ebene Tschüss Und komm So, das war's mir total wert So, komm Oh Gott Komm Oh Gott Ich muss eigentlich mit den Tränen mitgehen Okay Nach drei Herzen Shit Noch zwei Komm Oh fuck The Pact Okay Oh Gott Ich bin tot Oh Oh Gott Oh Gott Meine Güte Dieser eine Raum hat so derbe kaputt gemacht Diesen Run Ah Ergert mich Aber gut Gut So ist das eben Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für's Zusehen Wir werden dann Nächstes Mal natürlich Ähm Maggie weiterhin versuchen Und dann gibt's noch Lazard oder so Warte, können wir mal nachgucken Ähm Lazarus Und Ne Azazel Der hat nur Schwarzerzen, glaub ich Und ja Versuchen wir das Nächstes Mal wieder mit Magdalene Dann mit Azazel Und dann die Challenges Wenn wir Mit dem Charakter Es mal durchgeschafft haben Die wir schon freigeschaltet haben Auf jeden Fall Bedanke ich mich Ganz herzlich fürs Zusehen Und sage Tschö Bis dann Und man sieht sich